Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. In den letzten drei Tagen haben die Wolvos jeden Tag ein Update gebracht. Jedes relativ dick oder wichtig von seinem Inhalt her. Und den Inhalt der letzten beiden Updates sowie was man daraus ziehen kann, erfahrt ihr jetzt. Let's go! Willst du warten, was ich mit deiner Scheiß-Suppe mache? Guck mal hier! Du kommst jetzt wieder rein! Das Update vor zwei Tagen hat er bereits sein eigenes Video bekommen. Da ging es unter anderem um Wagnet 3 und diese Snap-Tab-Sache, also dass es verboten ist. Jetzt wurden gestern und heute noch diese beiden Updates nachgedrückt. Einmal die Musik-Kit-Sache. Das habt ihr sicherlich auch schon ingame gesehen. Da wussten wir im Vorfeld schon Bescheid, dass sowas kommt, weil es eben geleakt wurde. Und zack, siehe da, schon ist das Update released. Hier unten gab es dann noch drei Performance-Sachen. Einmal Audio, das war bei einigen kaputt. Dann gab es ein Style-Adjustment am Hut. Hier wurden beim Scoreboard Punkte hinzugefügt. Das Scoreboard war die ganze Zeit ja ein ziemlich krasser FPS-Fresser. Manche haben nach eigenen Angaben bis zu 100 FPS eingebüßt, nur durch das Öffnen des Scoreboards. Das ist jetzt bereits deutlich besser geworden. Und zu guter Letzt wurde noch Performance-Stuttering am Ende der Runde reduziert. Also auf jeden Fall auch ein richtig und wichtiges Update. Jetzt kam heute etwas sehr, sehr Großes nach. Da waren viele alleine bei der Größe des Updates mit fast 3 GB extrem guter Dinge. Man dachte schon Operation oder was? Dieses Update enthält leider nur Fixes an den Maps vorbei, die natürlich auch wichtig sind. Unter anderem wurden auf vier Maps C4-Stuck-Spots repariert. Dazu habe ich euch schon mehrmals diesen Dadaq-Twitter-Account gezeigt, der solche Sachen eben feststellt. Er hat hier irgendwo so eine Video... Was ist denn das? What the fuck liegt der einfach da drin? Der Fuß ist neben dem Kopf? Ah ja. Er hat hier unter anderem irgendwo eine Compilation gehabt mit Bomben-Stuck-Spots. Wo man die Bombe hinschmeißen kann als Tee oder als jemand, der sie halt tragen kann. Und die bleibt dann da liegen und man kommt nicht mehr dran. Das sind natürlich wichtige Dinge, denn die können das Spiel ordentlich ruinieren, wenn irgendein Troll die Bombe bekommt und die halt einfach wegschmeißt. Und so gut wie alles andere sind einfache Fixes, Kollisionsfixes, Clipping-Fixes. Hier wurde auch ein Pixel-Walk gefixt, hier unten wurde ein Pixel-Peak gefixt. Also ja, wie gesagt, wichtige Dinge, die sehr viel Gigabyte brauchen, weil man eben die Maps neu laden muss. Und um unter anderem auch eine Sache zu zeigen, das hier wurde kollisionsmäßig bearbeitet. Also der Van. Dass man jetzt also noch ungestörter den hier machen kann, um halt dann da flott hoch zu jumpen. Was viele natürlich jetzt verwundert ist, dass wir an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei wirklich gute oder große Updates bekommen haben. Und hier sind bereits manche wieder sehr optimistisch und sagen, ja vielleicht, vielleicht kommt ja die Operation doch früher als gedacht. Weil man sieht ja, die klatschen richtig rein. Die wollen jetzt hier gerade ordentlich vorankommen. Also Operation oder zum Beispiel auch Danger Zone. Wozu übrigens GapFollower vermeintlich wieder einen neuen String gefunden hat. Kurze Zeit später hat sich aber herausgestellt, dass das gar kein neuer String war, sondern durch eine Umstellung oder sonst was ein Alter String ist, der da einfach wieder erneut angezeigt wird. Also im Moment gibt es nichts Neues zu Danger Zone, zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber logischerweise rechen damit jetzt eben einige. Also mit zumindest irgendwas Großem. Vor dem Major noch wohlgemerkt. Darüber haben wir zum Beispiel auch vorgestern im letzten Stream drüber geschwätzt. Da waren dann ein, zwei, die gemeint haben, so eine einfache Copy-Paste-Operation wäre doch problemlos machbar. Man nimmt einfach die Maps, die Waffen und so weiter und so fort, die man im Moment zur Verfügung hat und macht dann daraus eine Operation. Schön mit Bot-Missionen, mit Online-Missionen, zack, bumm. Natürlich wäre es irgendwie schade, wenn bei einer Operation nicht auch noch neue Skins dazukommen würden. Wobei man da auch wiederum mit Sicherheit sagen kann, dass es eigentlich genug Skins gibt, um direkt wieder eine neue Case machen zu können, die da mitgeliefert werden könnte. Aber ja, es wäre ja gar nicht schlimm, wenn nicht spielveränderndes Neues dazukommen würde. Also wie zum Beispiel halt super duper neue Maps oder so. Wobei man selbst die bringen könnte, aber halt nicht im Competitive, sondern dann, also nicht im Premiere, sondern nur Competitive Matchmaking, der ganze Scheiß. Also kurzum, solange diese neuen Maps nicht auch ins Major kommen, kann man die ja gerne hinzufügen. Wenn sie ins Major kommen würden, wären natürlich die Profis jetzt ein bisschen angeschissen, weil es ist nicht mehr so viel Zeit, um dann da alles drauf zu lernen. Aber auf der anderen Seite ist mir eigentlich egal, ob die das können oder nicht. Sollen sie halt die neue oder neue alte Map, Train, nicht picken. Ganz einfach. Ich denke, selbst der krasseste CS2-Kritiker ist jetzt zumindest etwas impressed, dass jetzt einfach an drei verschiedenen aufeinanderfolgenden Tagen drei verschiedene Updates kamen, die nicht miteinander irgendwie verbandelt waren von wegen, hey, wir füllen übrigens was ein und hey, wir reparieren das, was wir gestern eingeführt haben, sondern einfach, ja, drei alleinstehende, recht große Updates, die mitunter auch wirklich halt, Moment, wirklich wichtig sind. Auch diese ganzen Geschichten hier, wurde ja sehr gefeiert von euch, dass hier ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung der Fairness gegangen wurde. Es sind wirklich drei schöne Teile gewesen. Schön im Sinne von schön jetzt nicht, aber ja, es muss halt gemacht werden. Ich bin sehr gespannt, ob heute Nacht dann noch was kommt. Donnerstag ist ja auch oft Update-Tag, wenn nicht von Counter-Strike, dann zumindest von Steam. Das haben wir auch immer im Stream halt, dass wir, wenn wir nicht gerade ingame sind um 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, dass wir dann meistens 10 Minuten warten müssen, bis wir wieder Connection haben zu den Servern von Counter-Striken oder zum Netzwerk halt. Also vielleicht, nur vielleicht kommt heute Nacht einfach noch was nachgerödelt. Aber da will ich mich selbst und euch auch jetzt nicht so krass aufhypen. Ich finde es schon super, was jetzt kam und lasse mich gerne von weiteren tollen Sachen überraschen, rechne jetzt aber dann erstmal nicht mit irgendwas Großem. Auch wenn einige gemeint haben, Ah, unterschätzt das mal nicht. Ich unterschätze es lieber erstmal, bevor ich etwas, ja, überschätze oder halt mich dann so sehr drauf freue und dann passiert es gar nicht. Lieber nicht so viel erwarten und dann positiv überrascht werden. Worauf man sich wiederum gezielt freuen kann, ist unser Emerald-Jungsmund-Giveaway auf Twitch. Nächste Woche ist es offen, diese Woche könnt ihr noch Bubble-Dollar sammeln. Einfach in den Stream kommen, zuschauen und dadurch kostenlos unsere Stream-Währung die Bubble-Dollar sammeln. Damit kann man sich die Tickets für generell alle Giveaways snacken, die bei uns auf Twitch laufen. Da wir jetzt sehr schnell durch sind mit dem heutigen Video, lösen wir noch ein paar Giveaways auf. Und da ich ein absoluter Vollhonk bin und dieses gesamte Video schon mal aufgenommen habe, nur ohne Mikrofon, filme ich jetzt den Giveaway-Part einfach ab. Ich hätte mir vorhin den Hals umdrehen können. Seit über einem halben Jahr mache ich es immer so. Ich drücke auf Aufnahme, sag irgendwas, test, test, deine Mutter stinkt oder was. Beende die Aufnahme, geh rein, guck, ob alles läuft und nehme dann auf heute. Ein einziges Mal habe ich das vergessen und das ist der Tag, an dem mein verkacktes Mikrofon-Interface aus ist. Und dann habe ich einfach über 40 Minuten ein Video aufgenommen, ohne dass man mein verficktes Mikrofon hört. Also, Gewinnerzeit. Zuerst gab es einen Sticker und der wurde von Senpai Senf gewonnen. So, vielen Dank für 111 Kommentare, blablabla, hier wurde der Gewinner gezogen. Das ist für euch ja wichtig zu sehen. Senpai Senf, werde nicht in den Sticker investieren. Da war die Frage, ob man halt in die Sticker investiert. Und hier natürlich wie immer Senpai Senf, GG Easy, bitte deinen Trade-Link in deiner Kanalbeschreibung und hier unter diesem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann hat der Senpai Senf auf süß hier einen Link drin, den ich mir mal angucken sollte. Ich bin davon ausgegangen, dass es an mich halt gerichtet war. Und dann kam das hierbei raus. Senpai, sehr, sehr sweet, ja. Also, damit, damit habe ich nicht gerechnet. Als nächstes gab es diesen Wildfire-Patch. Da hatten 126 Leute kommentiert, vielen lieben Dank dafür. Und der wurde gewonnen von... Wow, Egg Official. Egg, du weißt, wie der Hase läuft. Trade-Link in deiner Kanalbeschreibung und hier melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Dankeschön. Dann gab es noch diese USPS Ticket to Hell. Da muss ich kurz gucken, wie viele Kommentare das waren. Wir hatten einmal 192, das ist es nicht. Ich weiß gerade nicht, was die Frage da war. Wir werden es ja gleich anhand des Gewinners sehen. Danke für 125 Kommentare. Und zwar, frag mal nach. Ach ja, genau, da ging es um ein Wack-Update. Es wurde irgendein Cheat erkannt. Die Cheater hatten also ein Cheat oder ein Feature weniger, für das sie bezahlen. Und ich hatte gefragt, ob ich von euch aus fragen soll, also die Cheater fragen soll, ob es schlimm ist, wenn sowas passiert, ob sie ihr Geld zurückbekommen und so weiter und so fort. Hallo ist einer derer, die geschrieben haben, dass ich mal nachfragen soll. Viele haben aber gesagt, es interessiert mich gar nicht mit den Cheatern, lass es. Da natürlich auch meine Cheater-Kontakte das Video gesehen haben, haben sie sich von sich aus bei mir gemeldet und mir kurzum gesagt, natürlich ist es immer blöd, wenn man für was bezahlt und es kommt aber nicht an oder geht nur zur Hälfte. Hallo natürlich auch, wie immer, Trade-Link in die Kanalbeschreibung und hier unter dem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann gab es noch ganz am Ende die Judgment of Anubis. Und sorry, dass ich hier so durchrush, aber jetzt habe ich echt fast keine Zeit mehr bezüglich Livestream. Der fängt gleich an, Gottes Willen. Vielen Dank für 192 Kommentare, ihr süß Macher. Alex ist der Gewinner. Wahnsinn. Das war dann auch ein sehr sweeter, langer Text, auf den ich extrem lange eingegangen bin. Das kann ich aber leider jetzt nicht mehr machen, weil ich, wie gesagt, ich habe fast keine Zeit mehr. Der Stream fängt gleich an. Alex, sehr schöner Kommentar. Lest es euch durch. Und kurzes Statement. Und leider ist es so, dass, ja, in allen Online-Shootern die Leute bevorzugt sind, die halt viel FPS haben, die einen guten PC haben, die viel Geld haben. Das sind nicht nur in Online-Shootern, sondern auch eben im echten Leben meistens die, die, ja, die dies gut haben, sage ich mal, die einen Vorteil haben. So, und dann gibt es heute noch die P250 Verdigris. Die kann man gewinnen, indem man einfach schreibt, ob man glaubt, dass jetzt wirklich was Großes noch nachkommt oder eben nicht. Einfach in die Kommentare reinhauen, dann ist man automatisch dabei. Ach ja, und am Dienstag hatte ich vergessen, den Skin zu zeigen. Das ist mir dann aufgefallen, das habe ich jetzt heute gemacht. Am Dienstag gab es die MP5 SD Kidbash für euch. Wer die noch haben möchte, einfach Dienstagsvideo angucken und kommentieren. Dann ist man da auch mit dabei. Ich bitte noch einmal um Entschuldigung für die Eileen, der ich gerade stecke. Aber ja, ich habe jetzt halt 40 Minuten verloren. Das ist ein bisschen dumm. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Extrem edel von euch. Wir sehen uns gleich im Livestream. Gemeinsam reinzocken, Elo holen. Ich habe noch von meinen Spielen erzählt. Wir haben am Dienstag ganz viel verloren. Heute gewinnen wir bitte ganz viel. Let's go. Und dann bis gleich im Stream. Bye, bye.